Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Agarest Generations of War für euch am Controller Flexi K und wir haben beim letzten Mal aufgehört in den Breeze Hills und kämpfen uns jetzt weiter Richtung Andorra Lavella ohne Umschweife laufen wir da direkt los in den nächsten Kampf wir haben noch keine Zeit Leute so Stellungen lassen wir haben wir beschlossen gehen nur noch zwei nach vorne so machen wir das und so und dann geht er los das läuft doch hier wie das Brezelbacken da verteilen sich die Magier gleich wieder auch Jungs da kommen wir nicht ran nehmen wir den so drauf da da steht ein Borgelina so rum mal gucken ob es reicht da bin ich schon mal gespannt boah dicker komm schade dass wir den Impuls verschenkt haben aber ne ich zieh mal da hinten auch noch weg Power Burst klingt auch immer ein bisschen versaut wie sieht denn das aus wenn ich von von Server jetzt die normalen Angriffe mache so haben wir das halbe Feld und eine erste Runde für Räumt so super so was machen die grünen Jungs Brockenheit so ist der schilter genau genau immer drauf immer drauf kurz vor allem manche Leute brauchen uns einfach ne so dann so da kommst du nicht hin da bist du im Link und äh so so Machen wir mit Server. Ja, süß. So. So, bitte erstmal diesen Magier dahinten wegprügeln. Das kriegt er doch hin, Jungs, oder? Wenn er denn treffen würde. Ach, wasch du, der performt nicht. So, reicht das? Natürlich nicht. Trifft auch nicht der Junge, ey. 20, klasse. Äh, einfach nur klasse. Könnt ihr den da jetzt mal wegbringen, oder irgendwie? Ja, du siebst doch nicht. Oh, meine Güte. Immer noch nicht. Jetzt hat's peinlich. Das war ja echte Arm gerade. So, wer ist denn hier noch mit irgendwie mir liegend? Du brauchst nochmal einen Puls und du kannst auch nochmal der Abnade nachschieben. Check. So, alles verschossen, was wir haben und ich sie können. So, das will ich auch können. Alter! War das jetzt ein Leben tauschen, oder war das wirklich ein Saugen, wie es da steht? Ne, das war ein Saugen. Sehr geil. Ja, du darfst immer ein Gras geben. Ja, diese Special Effects, die die da befangen, ist immer wieder alles. So, den drehen wir mal um. Wir machen das so. Ich stehe den Borgner noch so ein bisschen irgendwie quer. Ja, du kommst doch ja, das muss dann ja auch irgendwie so ein bisschenleben sein. Hier weiß ich noch nicht. Das ist jetzt du, oder? Jetzt auf uns auf uns auf uns wohnen. So, das ist doch okay, glaube ich. So, schick. Genau. So, machen wir's. So machen wir's. So machen wir's. So machen wir's. doch schon ein rush-Song ausfallen so egal wie man den drehen, der wird nicht besser den gibt es noch ein bisschen, so, bitte zeigt, was ihr nicht kennt mit Schiruffanilien sind 300 Schaden, krass das war's, nicht mal die Hälfte Leute, das ist schon ein bisschen arm das reicht jetzt auch nicht, ja, weil ihr wollt mich doch nicht verraten da muss erst wieder die kleine Alice kommen und alles riechen Jungs, Jungs da haben wir ja noch mal ein Gebot da haben wir ja noch mal ein Gebot wie hübser das auch für nächste Runde ey, dieses Drain, das macht ja richtig ordentlich Schaden so so feel free to say no fangen wir mal an dann holen wir den Scheinstrom mit einem Flammennebel und dann kriegst du die normalen Dinger auf dem Kopierheim mit so so wie noch mal so in Richtung viele Treffer gehen ne, das lohnt nicht kein Platz mehr dies ist ja schade ja dann zeigt mal was ihr kennt Zumindest ist es seit Langem mal wieder ein Overkill geworden. Was soll ich denn mit den zahlen? Irgendwann mal die 50.000 knacken. Platinum Erz, Green Body Flute. Okay, Hammer. Die ganzen drei Level-Ups. Ich habe alles für meinen Chef. Das ist gut. Die Standardverteilung. Mit anderes machen wir nicht mehr. So. Direkt weiter. Ohne Umschweife. Hört, hört, hört. Komm, 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 komm. Schneller. Böf. Ohne Umschweife. Ohne Umschweife. Maka-Ri-Tor. und da gehen wir jetzt halt nicht nach vorne sieht eigentlich recht schick aus wie das so über kreuz alles gelingt ist das server link dann auch rüber okay das ist ja interessant so kriegen wir den mit einem durch den tod ich denke ich bin da optimistisch na dann bitte der fehlt schon mal gut lois der war gut der muss ein bisschen overpowered der schweiz senden jetzt der reiki lost das was auch eine fehlmache mädchen Ich kann das auch nicht. So wird das nicht gewonnen. Wird das nicht verletzt? Ich könnte das nicht verletzt. Ich werde es nicht verletzt. Ich werde es nicht verletzt. Ich kann das nicht verletzt. Ich bin sicher. So. Einmal so stehen, oder? Wir haben ja eigentlich schon jeder mit Lieben geliebt, aber halt nicht schön, nicht vorteilhaft. Ja, dann lassen wir so. So, machen wir erst den Hund oder den Schleimbeut? Ich würde sagen, erst den Hund. Erst den Hund. Mit Magie. Was ist denn da? Ah, mal gucken, ob es reicht. Ne. Never. 360 Leben. Da könntest du doch nochmal einen Black Mist machen, oder? Klar. So. Kriegen wir doch alles hin. So, wo ist denn der eine Schleim? Da. Wo ist denn der eine Schleim? so machen wir das so machen wir das das kleinen grünen blobs erinnert mich irgendwie an die an die Prozent sicher von Sieg auf Mahnabend die Blöds am Anfang das ist wirklich sicherlich in den Spiel zieht auch immer die selben Tieren das hat er gehofft haben die Schöne Jürgen dieser Train zu uns ich kann die Mäste ich bin nun zu Schick, schick, schick. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Schick, schick. Schick, schick. 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 Wenn ich mich überraschere, würde ich mich überraschern. Ich würde mich überraschern, aber... Ich denke, dass ich mich überraschere, Radius, oder? Machen wir jetzt einen Dreierkampf? Valeria? Na, wer denn sonst? Das... Das... Das ist ein Verwaltungsgericht! Das war doch ein Verwaltungsgericht! Das war das Problem von der ersten Zeit von Fensaril zu bewegen. Das ist nicht so. Das ist das, was wir in der Tat befassen haben. Das ist das, was wir in der Tat befassen. Hör auf! Der Herr hat so gemacht, dass er den Verein gelegt hat. Du hast es gesagt, dass ich die Fensaril von den Gurgund in den Gurgund herbekommen habe. Valeria, das ist auch nicht so, dass wir hier sind. Wir sind hier, weil wir die Fensaril von den Gurgund in den Gurgund herbekommen haben. Wir haben uns nicht nur die Fensaril von den Gurgund in den Gurgund herbekommen. Wenn wir uns auf Fensaril nicht verleten, dann kann man sich nicht beherrschauen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns mit den Gurgund und Gurgund zu kämpfen haben. Das heißt, wenn wir uns nicht動en, wir sind hier nicht. . . Ich habe viele Fragen, aber ich habe auch viele Fragen. Der Kieler der Kieler ist, dass Sie sich... ... 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 Das war's für mich. Das ist von Radius, also ich bin ein Mensch, nicht wahr? Waaah! Ach so, ich werde wieder zu schlafen. Ich habe keine Früge von dieser Frau. Radius? Das ist... die ja doch doch 安心しなさいって 運命の人は私だけじゃないんだから we are, we are 私ですか 運命の人だなんて恥ずかしいです Radius, du! Du hast die Frau, um die Frau zu verletzen, um die Hoh-El-Koschäke zu verletzen und Grugund zu verletzen! Klar, nur für die Frauen macht er das, nur für die Frauen. Deswegen, warum wird das so? Du hast es so verletzt, ein Mann zu verletzen! Du bist nur für die Frau. Leute, ich werde auf dem K季. Ich kenne mir das. Du kannst du nicht so verletzen. Ich vermische dir das nicht. Du kannst du nicht ein Problem leiser, oder? Du kannst du nicht auf die Frau mit dem Kaffee-Woodie nennen? Du kannst du nicht damit nachfangen. Die Freunde, die Frau nicht kllele aussehen, Ich dachte, ich dachte, es ist gut. Wenn ich mich mit der Valedi verletze, bitte bitte. Ich habe das nicht gesagt, was ich nicht gesagt. Kult! Ich denke, dass meine Frauen sehr gefährlich sind. das sind zumindest das wir uns nicht zeigen die mussten von ihrem berg unter Na dann, haben sie wieder die Party geändert? Nö, steht alles, wie ihr habt. Den Autogi. Die Maman nackig. Die Maman nackig. Die Maman nackig. Die Maman nackig. Da stehen wir uns mal hin. So, Quatsch. Die sind da auch so quer rüber. Das macht jetzt auch die ganze zweite Seite hinfällig. Ach, das ist doch schon wieder doof. Nein, wir bleiben jetzt so. Was ist denn eigentlich, wenn ich mich hier hinstelle? Oh, habe ich was dafür? Nicht nur sie im Blinker, aber... Ja, mach nur so. Selberer können sich da hier nicht hinstellen. Ich werde weitergehen! Ha! Ah! Ah! Jetzt siehst du da die Frau mit dem Speer? Oh, lieber, was er mich ja gleich wieder... Nach der Runde gleich voll drauf. Hm, ich hoffe, dass es nichts bringt. Ja so, die Magier bitte dahinten. So, perfekt. So, perfekt. jetzt kommen da sind mit dem wissen aus das bringt mir ganz ok Ich habe hier den Kapitän von hinten mit dem Essen zuerst angreifen und dann geht er quer durch. Das ist gut, das machen wir so. Hier ist ein Fahrer und noch ein Gabel und dann geht er los. So, da kann man nicht mehr, hier kann man noch. Schieß ihn weg. Jawohl, danke alle. Du hast da jemanden drin. Nein. So, wir richten uns neu aus. Und zwar so lange. So. Und das kommt hinzu, das ist der Schikos. Dann können wir so uns hinstellen. Jetzt stellen wir einfach einen nach hinten. Das rächt ja auch nicht. Hm. Na, 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 jetzt sind so. Jetzt stellen wir ihn nämlich so und das stellen wir. So. Ja. 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 Gut, das zählt als physischer Schaden. Ich bin nicht doof. Ha, 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 ha. Dann wäre jetzt dran gewesen. So, was machen wir jetzt hier wieder, will ich ein Fragment des Lebens? Da ist er. So, dann würde ich da mit dem hier hinten vorne wegschießen. Oder nee, anders. Hier steht alles so schön zusammen. So ein Shining Storm. Ja. Ja, weil das jetzt, das machen wir. Genau. Und dann noch ein Rush hinterher. Weil das trifft den dann noch mit. Und dann... Ja. Feuerball. Trifft den auch noch. Sehr schick. So, dann zeigt man. Platinum Sword. Oh, geil. Ah, ein 6-4-1-5. Das ist jetzt eigentlich auch Wumpe. So, wir hatten noch Punkte. Borgner. Und wasch da auf. Schirufe von mir macht den Rest. Oh, bitte. Hau ihn um. Ja, hat er recht. Jetzt sehen wir ihn. Recover ich gerade. Überrasch. Geh zurück. Mach schmer. Na ja, er wird nicht mehr. Du kannst etwas machen. Du kannst mich auch noch etwas machen. Du kannst nichts finden. Geh zurück. Recover ich mich. Das war schon so. Das wird nicht so gut. Wirklich. Ich kann ihn auch so stehen lassen. Die Portman kann auch da rüber liegen. Und den Tisch stellen wir so rein. Schick, schick, schick. So, darf ich erst? Du schießt ihn wieder weg. Sehr schick. Ist ja eigentlich alles nicht schlimm. Hilf mir so, ja. Weil ich kriege ja dann immer mehr SP. Viel viel SP. So, da hinten kommen wir nicht rein. Portman kommt am Diener, das ist schön. Kannst du den mal direkt wegprügeln? Machst du doch alleine fertig, oder? Ja, sehr geil. Das Element des Serpenters. Powercrusher in den Rücken. Ich dachte, unter 25% geht das nicht. Ich kann das nicht. Nein, das könnte auch noch. Ok, ich vouge'm raus. Die Kerner ihrenñas... Ibt der Körper. Derbar der fatsch war doch dann gar nicht zu tun. als ich gesagt habe... Heimbar wird den Platzher. 율ig nicht zu tun. Das reicht jetzt trotzdem noch nicht sehr. Dann haben wir erst auf dich einen Flames. Und einen Raising Dance und dann eine Suche. Hat ja gereicht, ne? So, Valeria, jetzt bist du dran. Ich hoffe, ich zumindest ist es umgereicht. Ja, stimmt. Hat aber nicht von Overkill gerecht, schade. Fireball, haben wir noch schon. Ja, stimmt. Das ist alles, was ich nicht so? Ja, das ist alles. Das ist alles. Wäre ein, nur ein. Das ist alles. Oh, das ist gut, das ist das. Was ist das? Du kannst ihn auch mit dem Weg unterstützen. Das ist gut. Radius. Denkst du sicherlich zu machen. Jetzt... Das war's für mich. Das ist wirklich sehr einfach so. Ich glaube, es geht darum. Wir haben hier einen Rock, da haben wir das. So, ich sitze hier. Guck mal uns an. Guck mal uns an. Ich bin nur ein Geist. Ich bin ein Geist, aber ich will euch mal ein Geist. Ich bin mir nicht so interessiert. Ich bin nicht so interessiert, dass ich meine Rede nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass ich nicht. Das ist ein Wunscher. Bevor man die Begräu und der Begräu, ganz so weit verletzend. Und das ist, was die Begräu zu sagen? Was der Begräu? Vareliya, Herr Herr, ich werde dir, dass du etwas begräu, Herr Herr, ich werde den Begräu und den Begräu. Ich habe mir die Möglichkeit, die sich zu mir beobachten. Ich habe die Möglichkeit, die die Kanzlerin zu mir zu bekommen. Ich habe die Kanzlerin verlassen. Doch die Kanzlerin zu mir sind, dass ich mich zu mir verabreden bin. Ich habe die Kanzlerin zu mir. Das ist eine Möglichkeit, die die Kanzlerin zu bekommen. Ich werde die Kanzlerin zu bekommen. Ich werde das schon wieder kurz zu machen. Und dann nach ultimo, ich erwarte vor BritishБ鹿. Ich habe es recht gut schlägt, jetzt werde ich in Ordnung, wenn ich sie nicht ältere. Ich habe es wiper mich dafür, dass ich nicht erwarte. In diesem Moment, dass ich mich so entdeckte. Ich schalte mich damit, was ich nicht dafür, was mirxiを aufzukommen. Echt? Ich habe das alles geklegt. Ich habe das mit dem Spiel. Ich glaube, das ist ein Verständnis, aber ich glaube, dass es das Verständnis nicht möglich ist. Ich glaube, es ist ein Verständnis nicht möglich. Wie ist das Verständnis? Ich glaube, es ist ein Verständnis. Das ist... Dann machen wir die Gungi. Ist ja aber alles nicht schlimm. Nichts, dass es nicht so, dass es nicht so, dass es nicht so, dass es nicht so. Wenn ich so ein Wetter habe, dann... Dann können Sie bitte das nächste, um zu fragen. Ich kann mich um ein bisschen zu fragen, wenn ich mir die Verlust für die Worte dieses Mal abfinde? Danke. Ich habe mich für die Wand aus dem Geist, was ich gerade probieren. Aber ich werde nicht lange warten. Wenn man die Flucht von der Seite auslösen kann... Das ist egal. Ich danke für die besonderen Informationen. Na, das ist egal. Das ist egal. Ich bitte dich. Na, ich bitte. Idee, ne? So, haben wir eigentlich eine Mönchweifang? Ich glaube nicht, ne. Die zwei Arten und die zumischen neue Käse. Ähm, tauschen wir auch Quatsch, genau. So, wir haben bekommen ein Schwert. Können wir das gleich chemietechnisch umsetzen? Da. Können wir direkt zum Mithril-Shuttle färben. Wow. Not bad. Very nice one. So, haben wir hier noch irgendetwas noch bauen? Ben? Nö. Hatte ich den Steinring nicht beim letzten Mal schon gebaut? Scheiße. Ach, doch, klar. Ach, scheiße. Ja, behämmert. Wir haben alle. Hammer alle, hammer alle, hammer alle. Hm. Das ist nur noch. Body of Light. Hammer null von. Ne, drei haben wir. Element of Light. Hm. Windküste, hammer ein. Aber hammer ja gerade gebaut, glaube ich, ja. Kaufen wir erst mal ein. So, Schwert bitte. Schwert. Silberbild. Mithril-Schwert. So, hier. Die kann man nicht kaufen. Okay. Okay. Warum kann man das denn nicht kaufen? Was ist da gerade gebaut in unserem Namen gewesen? Da müssen wir aber gleich nochmal gucken. Und zwar wollte ich ja jetzt... Was hat weg das Ding? Ne, Steinring. Federring. Und zwar. Hm. Kurios. Kurios. Weil hier können wir ja jetzt... ein Kristall des Windes machen. So, haben wir alle. So. Dann können wir wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Hier können wir mal das Mithril-Schwert höher machen. Genau. 621. Krass. Haben wir noch wen mit dem Schwert? Ne, reicht nicht. Denn, man muss auch nicht hören. Denn, würde ich sagen, kaufe wir noch mal kurz die Dinger nach. Die... 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 Oldies. Wind und so. Die Falle. Und so. Das ist ein Laitanis mit dem neuen Schwert aus. Was ist das Kernmenü? Tausend bandwidth. dann würde ich sagen haben wir es für heute vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal